So, das mit dem Expertenrang war nur von kurzer Dauer, denn da stößt man offenbar auf eine Xerneas-Wand oder eine Doppelfee-Wand. Was nicht gut ist, wenn ich hinten drin zwei Pokémon habe, die gegen Feen verlieren. Na, Lugia hat Drachenrote, Drache nicht effektiv gegen eine Fee, na sogar weniger als nicht effektiv. Und, naja, Medibeltal, ich denke, da muss ich nicht weiterreden. Vielleicht war das nur eine Pechsträhne? Na, oder ist es wirklich so? Aber man bemerkt ja schon, so alle paar... Hey, der hat das Giovanni-Outfit, oder? Fleißig, fleißig. So alle paar hundert Punkte, andere Pokémon, die dann dort eher wichtig und richtig sind. Na, und gegen die Xerneas-Plage? Ich weiß nicht, liegt es echt nur an der Attacke oder weil Xerneas nun wieder im Raid ist oder keine Ahnung. Na, aber die Plage ist mal nicht so nett. Schauen wir mal. Ich habe es wirklich oft geschafft, dass Evil-Tal am Ende dann gegen Xerneas kämpfen musste. Vielleicht muss ich dadurch dann mein Team ändern. Wovon ich eigentlich kein großer Fan wäre. Okay. Ja, perfekt. Wie sehr möchtest du gecontert werden? Das Spiel? Ja, 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 ja. Monetigo, ein Stahlgeist. Das ist ja perfekt. Das ist ja wirklich perfekt. Perfekter könnte ich mir das Leben nicht vorstellen. So. Das ist wirklich ideal. Gut. Gut. Was machen wir? Wir drücken nicht. Wir schilden eventuell schon. Na, und werden nun nicht komplett aufladen, weil das vermutlich sowieso nicht ganz besiegt. Und dann will ich noch ein paar Sofortattacken machen. Ah, ja, perfekt. Okay. Perfekt. Ich habe Angst vor Abfangen. Aber nicht drücken kann man auch nicht machen, weil dann sieht man leider die Attackenanimation nicht. So, da kann man nicht abwarten oder so. Okay. Richtig geschildert und im Gleichstand erwischt. Und danach gehe ich sofort rüber. Okay. Das war eine heftige Attacke. Moment, Timing. Gut. Ja, da kommt nun leider schon die Läuterfeuerschwächung, so wie immer. Oh, okay. Ich glaube, das war ein Fehler von dir. Das war wirklich ein Fehler. Nun bist du abgeschwächt und überlebst das nicht. Anderenfalls hättest du das vielleicht knapp überlebt. Dann habe ich noch einen Stromstoß in Evil Tal rein. Ich glaube, das war ein Fehler. Jo, okay. Da hatte ich Glück. Aber kein Evil Tal hinten. Stimmt, ich verstehe. Ich verstehe die vielen Ho-Oh. Die Hard-Contern ja Xerniers. Außer es hat Donner. Stimmt, stimmt, stimmt. Über die freue ich mich. Bitte mehr davon. Nehmt mehr davon, dass die Xerniers hinten drin wieder weniger werden. Also vorne sind mir die eigentlich egal, aber hinten drin. Na vorne, da fange ich dann Nahkampf bei Lugia ab. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber Monetigo. Na, man merkt echt schon ein paar andere Pokémon mal. Monetigo am Start. Ein Hitran hat man gesehen. Keine Ahnung, ob das wirklich an der Attacke lag. Lavasturm, aber vermutlich einfach nur, weil es mal wieder im Raid war. Na und die Leute sich denken... Ja, kann man damit... Ne, Xerniers irgendwie aushebeln? Ja, und man findet immer nur fette Down-Pairs. Also, dass man gegen Schwächere kämpft. Bei den langen Wartezeiten. Das ist auch nicht gut, wenn man Punkte bekommen möchte. Okay. Gut. Ne Legende schenkt mir Turns. Ich kann eigentlich nicht schilden. Aber ich kann auch nicht nicht schilden. Demeteros, bisschen nervig. Und da haben... Okay, es ist Echern. Drei und... Gleichstand. Nein, nicht gedrückt. Okay. Fünf. Bei fünf... ...ist der Gegner. Okay. Sieben. Aber... Ja, von dem habe ich nicht viel. Ja, sieben. Sieben, sieben, sieben. Stromstoß. Okay. Hat direkt noch einen. Na, acht. Also hat er eine Energie. Er braucht noch drei Sofortattacken. Also... Vier werden ihn besiegen. Oder auch nicht. Niantic Internet. Er hat Niantic Internet. Ich liebe es. Ich gratuliere dir, dass du Niantic Internet hast. Glückwunsch. So erreicht man Legende. Muss man wissen. Das hat nichts mit dem KP zu tun. Sondern... Er hat Niantic Internet. Leider. Schade. Was soll's. Was soll's. Was soll's. Na, so ist es. Dafür bekomme ich bestimmt auch irgendwann. Niantic Internet. Aber mit geballten Kräften. Können wir dich vielleicht besiegen? Wieso hat der Gegner Niantic Internet? Verratet es mir. Ja, weil er leg... So. Also wirklich sehr viele Doppelfee-Teams. Da kann ich... Es ist komplett... Wenn ihr mein Team seht. Und euch überlegen müsst. Okay. Wie können wir dich so hart wie möglich besiegen? Ich glaube, das wäre das perfekte Conterteam. Demeteros. Ich habe keine Attacke, die neutral ist. Und dann... Beide fehlen. Ja. Ich glaube, das wäre so ein... Und man kämpft immer gegen die unteren. Immer gegen Leute mit weniger Punkten. Das wäre so, glaube ich, ein perfektes Conterteam gegen meines. Aber das ist kein YouTuber-Team von mir oder so, das ich irgendwo kopiert habe. Sondern das ist von mir. Okay, er will irgendwann... Perfekt. Irgendwann auf jeden Fall Stromstoß abfangen. Aber hier? Wolltest du Stromstoß abfangen? Okay. Die Attacke bunkern wir. Und dann... Drücken wir nicht. Weil wieso sollten wir auch im Gleichstand drücken? Ja. Nö, das sind wirklich böse Teams. Demeteros Doppelfee. Ich... Mir fällt gerade spontan. Also wirklich... Egal wie sehr ich überlege, mir würde kein viel schlimmeres Team einfallen. Demeteros Doppelfee. Das ist das Conterteam. Gut. Okay, Metacross Doppelfee eventuell noch. Das wäre auch nicht so schön. Und nun habe ich leider nicht mitgezählt. Das ist nicht gut. Aber Gegner schenkt mir komplett eine Sofortattacke. Und wird mich das besiegen? Nein, wir leben noch. Na, wir leben noch. Bekommen hier noch diesen schönen Luftstoß raus, den ich nicht rausbekommen hätte, wenn mir dagegen nicht eine komplette Sofortattacke geschenkt hätte. Also von daher. Dankeschön. Dann. 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 Das sieht nun eventuell doof aus. Aber na, egal. Ich mache das so. Wir machen das so. Glaube ich. Na, und dann. Back to back. Auf jeden Fall. Ich habe überlegt, ich gehe in Seishien rein. Mach die Attacke gegen Metacross. Dann bin ich schon mal abgeschwächt. Und so weiter und so fort. Aber schauen wir mal. Ich hätte eher gedacht. Hm. Doppelschild bitte nicht runterfarmen. Nö, nö, nö. Runterfarmen kannst du nicht. Dann musst du es schon ausgeben. Na und. Mit ein paar Standpauken bist du, glaube ich, in Reichweite von einer Ladeattacke. Okay. Das war gefühlt nicht aufgeladen, weil ich bin viermal abgeschwächt. Das war auf jeden Fall undercharged. Aber ein bisschen zu gierig undercharged. Das hat mir sehr gut in die Karten gespielt. Yo. Ich. Ja, ich schilde mal eine. Ich müsste nicht schilden. Aber. Schauen wir mal. Also weg mit dir. Durch den Luftstoß warst du hier schon in Reichweite. Also. Das übliche Dragoran-Doppelstahl-Team, aber. Irgendwie komplett anders. Nämlich mit einem Togekiss. Okay. Wird noch was passieren? Wird mein Internet abschmieren oder so? Kommt hier ein Hyperstrahl hineingeflattert? Ich hoffe nicht. Ah, was ist nur mit den Xeranias los? Wieso? Wo kommen die her? Hm. Die machen mir einen Strich durch die Rechnung. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Diese kleine, kleine Attacke. Die hat... Ja, keine Ahnung. Wer Xeranias verwenden wollte, hätte das davor auch schon tun können, oder? Hat dieser Dreier-Move, der Xeranias sogar unflexibler macht mit Abfangen und so, hat das Ding wirklich so nach oben gehoben? Aber offenbar. Weil jeder spielt auch die Attacke. Wow. Der hat mal mehr Punkte? Das kann ich ja kaum glauben. Nein, Dialga. Schön. Schön, schön, schön. Die nehmen wir gerne mit Kusshand. Aber sowas von. Nehmen wir... Nehmen wir die... Okay. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Aber... Ich hole mir die Energie wieder. Acht. Neun. Mhm. Das war... Alles klar. Schön abgefangen. Auf Random angelehnt. Aber... Mhm. Mhm. So. Ich glaube, der Gegner ist dann bei Null. Bei Null, Null, Null. Nun mache ich die hier. Und werde komplett aufladen. Und das sollte alles, glaube ich, ideal klappen. Oh. Okay. Nein, damit hätte ich... Nicht gerechnet. Also wirklich nicht. So komplett nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Interessante Spielweise. Wird er gleich drücken oder nicht? Wird er gleich drücken oder nicht? Wird er gleich drücken oder nicht? Ich glaube, ich... Drücke gleich. Komm. Er drückt nicht. Perfekt. Perfekt. Aber auf der anderen Seite... Uh. Nein. Das ist auch doof. Nun hat Lugia wirklich... Viel... Vor sich. Lugia hat nun... Viel Arbeit. Gegen Giratina. Huiuiui. Aber ich glaube, das können wir noch machen. Schauen wir mal. Je nachdem. Okay. Shandau. Shandau, Shandau. Und sieben. Wieso drückt er? Hat er gerade bei sieben gedrückt? Wieso? Wieso, wieso, wieso? Wieso, 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 wieso? Okay. Okay. So. Acht. Neun. Noch einer. Da schilde ich dann natürlich mittlerweile. Selbstverständlich. Hm. Das wird noch... Knapp. Das wird noch tricky. Das wird besiegen. Dann drücke ich sofort noch einen in den Giratina rein. Genau. Das besiegt. Der geht in den Giratina rein. Und nun haben wir Probleme. Ja, nun haben wir Probleme. Ach, du meine Güte. Weil eine Attacke besiegt nicht. Ein Stromstoß besiegt nicht. Und der Gegner hat echt viel Energie. Danke dir. Nur so konnte ich gewinnen. Danke dir, Bro. Du bist der Beste. Das hat dir ordentlich Energie erspart. Huiuiuiui. Die Energie, die kannst du dir in die nächste Season mitnehmen. Die war wichtig und richtig. Und dann nochmal Unheilböen für den Boost. Obwohl man sowieso schon wusste. Okay, es ist vorbei. Aber vielleicht booste ich mich. Oh, okay. Das hat dann schon knapp besiegt. Aber das war wirklich ultra knapp. Ich glaube, der hatte dann knallrote KP. Das hat genau bis zum Ende besiegt. Viel Puffer war da. Nicht mehr. Aber danke für den Köder. Den nehmen wir immer gerne. Der hatte Spukball. Das haben wir ja davor schon gesehen. Egal. Okay. Das mit Lugia war dann noch nervig. Und knapp und knifflig. Hat aber geklappt. Und wieder. 20 Punkte unten. Nein, ich glaube, davor hatten wir einen höheren. Aber trotzdem. Irgendwie nervig. Mailmetall. Doppelfee. Dann habe ich direkt verloren. Schauen wir mal. Mhm. Er wartet. Er wartet noch immer. Okay. So, nun drückt er. Ich werde sofort drücken. Und hoffen, dass er nicht bei einer Fee abfängt. Okay. Er drückt nicht. Dann werde ich nochmal sofort drücken und dann schilden. Mailmetall immer tricky. Ich schilde nochmal sofort. Okay. Er drückt wieder nicht. Das ist gut für mich. Denn nun haue ich ab. Nämlich in meinen Schwamm hinein. Er doppelschildet hier. So habe ich das noch nie erlebt. Der macht einfach den Doppelschild. Na, dann schauen wir mal. So, ich muss nun gegenrechnen. Na, vier hat er hier. Wie viel hat er davor gemacht? Ja, ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Ist ja nicht so wild. Wir stehen ja nicht kurz vor Legende oder so. Von daher. Auch hier bleibt er drin. Der ist mir ein bisschen suspekt. Der ist mir wirklich suspekt. Was kommt da nun? Ah, schade. Mal sehr knapp, dass ich die Attacke nicht mehr erreiche. Und der Himmelsweger hilft mir gar nicht wirklich weiter, weil ich glaube, du warst schon im Nahkampfreich weit her. Ja, hätte ich nicht erreicht. Schade. Das ist wirklich schade. Ich befürchte eine Fee hinten. Also, keine Ahnung. Aber ich will dennoch in Seishien rein. Das ist wirklich fürchterlich gerade. Ein Melmetal vernichtet mein komplettes Team gerade. Wieso bleibst du einfach nur drin? Willst du nicht mal rausgehen oder so? Bisschen an die frische Luft schauen, was es sonst noch so gibt. Okay, immerhin nicht abgefangen. Na, nun bin ich wirklich gespannt. Was mich da erwartet. Und wir haben... Ich hebe mir die KP noch auf. Die Kaskaden, die tun mir weh. Okay. So. Okay. Schauen wir mal. Das ist nun alles sehr doof, weil ich bei Seishien schon so wenige KP habe. Aber Schilden kann ich mir eigentlich nicht erlauben. So. Mhm. So weit runter von den KP wie möglich. Vielleicht hätte ich hier sogar noch eine Sofortattacke machen können. Boah. Ich überlebe keine Kaskade, oder? Oh, ich überlebe sogar noch eine. Okay. Ja. Wie viel Energie? Ja, hier drei. Boah. Aber ich weiß, dass ein Stromstoß noch nicht besiegt. Hm. Ja, egal. Ich drücke hier mal so mit Timing. Schauen wir mal. Das wird leider noch nicht ganz reichen. Ja, nö. Schade. Na, schade, schade. Schokolade hätte ich nicht anders machen können hier. Mit dem Stromstoß. Je nachdem, wann ich den getimt hätte. Na, eventuell gegen Dragoran hätte ich das anders dribbeln können. Aber das Melmetal hat mich ein bisschen vernichtet. Ich hatte Glück, dass da keine Fee mehr hinten drin war. Na, sonst wäre das sowieso direkt vorbei gewesen. Wesen. Okay. Also, die Xeanios waren heute nicht im Kampf, sondern hier beim Fangen. Offenbar. In der Belohnung. Dann nimmt man die mit. Okay. Für die Folge soll es mal gewesen sein und so weiter. Boop, boop. Boop. Boop.